So Leute, was ihr hier seht, soll eigentlich eine Party sein, aber hier haben total viele Leute abgesagt. Von einer guten Freundin, von der Diana. Das ist dieses Baywatch-Girl da hinten, was da steht. Und wer jetzt hier in der Nähe von Mannheim wohnt und Bock hat auf so eine... Was ist für eine Party? Film- und Kino-Party. Film- und Kino-Party, also ihr seht, überall dekoriert, Filmrollen und so weiter. Ja, der kommt jetzt in Schwetzing vorbei, der ruft mich einfach an. Und dann kann ich eine Wegbeschreibung geben. Da hinten geht es weiter. Und da ist auch ein hübsches Mädel, das noch eine Begleitung sucht. Da ist die Tina Turner. Wo ist deine Mütze? Meine Verrückte fehlen. George Clooney. Hey, wenn man so ganz kurz guckt, dann denkt man wirklich, das wäre der George Clooney. Der Lisa. Ja, und ich vergleite mich auch gleich noch. Also wenn ihr aus der Nähe von Mannheim kommt, Schwetzing, Heidelberg, ihr braucht höchstens eine halbe, dreiviertel Stunde hierher, dann ruft ihr einfach an. Wie gesagt, sechs, sieben Leute haben abgesagt. Und es ist noch so viel zu trinken da. Popcorn, Hotdogs, Chips. Ja, meldet euch einfach. Vielleicht ist ja jemand dabei, der noch Bock hat zu kommen. Ihr könnt auch Kumpels mitnehmen, Freunde mitnehmen. Nehmt alle mit, die ihr kennt. Und ja, ciao. Oh, guck mal hier. Juhu. Juhu. Juhu.